Wie geht's? Ja! Hallo, Schatz! Hallo! Na, wie war's? Anstrengend. Das glaub ich. Ich hab dir was mitgebracht. Tada! Die ist ja wunderschön! War auch nicht ganz billig. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Sag mal. Hast du einfach gekocht? Lasagne, selbst gemacht. Das riecht ja fantastisch. Sag mal, diese Karin aus der Buchhaltung, war die eigentlich auch mit in der Schweiz? Karin? Nee. Jede Lüge braucht einen Mutigen, der sie zehrt. Bildblog.de Papa! Hey! Hahaha!